Wir sind in den USA angekommen. Leider kein Powder. Aber gut präparierte Pisten. Schön leer. Letztes Jahr hat es hier jede Nacht geschneit, nur dieses Jahr nicht. Begnügen wir uns mit Alpenpistenfeldern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice ride, oder? Ja. Oh, der sah mal drauf, den Matthias aus der Nase. So, das war ein cooler. Der war cool, oder? Ja. Jetzt wird es steiler. So eine geile.